Servus zusammen, Christian Weckler hier aus Karlskrona, mitten aus dem Feld hier in Schweden. Kurzes, kleines, knackiges Thema. Ich werde öfter gefragt, mit welchen Coachings oder mit welchen Trainings, mit welchen Erfahrungen bzw. mit welchem Know-how kann ich denn am besten digitale Produkte erstellen, entwickeln, vermarkten und verkaufen. Und ich habe dir mal jetzt aus meiner Sicht die sieben Kurse von wirklich renommierten Experten aufgelistet, die dir helfen können, dass du es hinkriegst, dass du auch wirklich mal dein eigenes digitales Produkt entwickelst, dein eigenes digitales Infoprodukt, zu welchen Themen auch immer, ob das jetzt um Angeln, um Online-Marketing, um Hundeerziehung oder was auch immer geht. Möchte ich gerade mal aufzählen. Ein sehr cooler Kurs, der jetzt dieses Jahr wirklich explodiert ist, ist das Evergreen-System 2.0 von Zai Chiripur. Das ist ein A-Z-Kurs, wo du wirklich von der Webseiten-Erstellung, von der Vermarktung her, vom E-Mail-Marketing, vom Funnel-Aufbau, Verkaufsfunnel, alles zu diesem Thema digitale Infoprodukte erlernst. Und bei dieser Gelegenheit kann ich auch schon das zweite Produkt nennen, denn es ist auch von Zai Chiripur. Er hat da noch das sogenannte Start-up-Digitales-Infoprodukt, diesen Kurs quasi erstellt, was so auf diesem Evergreen-System 2.0 aufbaut und noch weiter in die Materie geht und noch mehr Themen abdeckt. Und du bekommst dort, je nachdem wie lange dieses Angebot gilt, bekommst du auch gleich noch die offizielle Reseller-Lizenz für den Evergreen-System 2.0 Kurs. Also sensationell gutes Angebot von Zai Chiripur. Drittens ist der 7-Tage-Sofort-Produktkurs von David Zepha kombiniert mit der 7-Tage-Verkaufsformel. Das heißt, du erlernst von David Zepha, wirklich ein ganz bekannter Experte, der auch in Thailand das ganze Jahr, über einen Teil des Jahres in Thailand erlebt, schon viele Kurse über Facebook-Marketing gemacht hat. Der erzählt dir quasi, wie du dein eigenes digitales Produkt in 7 Tagen aufsetzt und über die 7-Tage-Verkaufsformel in 7 weiteren Tagen das Ganze auch wirklich erfolgreich verkaufen kannst. Viertens ist das Start My Business. Das ist eine riesen Plattform von Matthias Brandmüller, die ich selbst auch nutze. Dort wirst du von A bis Z, ich glaube in hunderten Videos, da geht es um alles Mögliche, um digitale Produkte, Produkte erstellen, um Webinare zu halten, Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing, ein eigenes Partnerprogramm aufbauen. Du lernst dort wirklich von A bis Z alles bei diesem Start My Business. Und da gibt es so viele Folgeprodukte, das alles sind in einem Preis inkludiert. Da muss man sicherlich immer gewisse Anschaffungskosten bereit sein zu investieren, aber da ist alles drin, was du wirklich brauchst. Und wenn du es umsetzt, dann kannst du das wirklich erfolgreich gestalten. Fünftens der Digital Money Maker Club, der Digital Money Maker Kurs von Gunnar Kessler, einen der bekanntesten Experten im Bereich digitales Geld verdienen, der es auch von Null geschafft hat, über einige Jahre sich da wirklich was ganz Großes aufzubauen. Sechstens der Digital Product Generator. Das ist ein Tool, mit dem du in wenigen Schritten zum Beispiel dein eigenes Freebie, also dein eigenes Gratisgeschenk, egal ob PDF oder Checklist oder was auch immer, aufbauen kannst und schon mal als Vorstufe zum digitalen Produkt dann erstellen kannst. Und natürlich kannst du sehr gut damit E-Books aufbauen, Step by Step in wenigen Schritten, wenn du natürlich den Content parallel damit entwickelst. Aber du wirst da genau durchgelotst. Und siebtens, zu guter Letzt, ist ganz brandneu, ist die Plattform Spreadmind von Mario Schneider. Ja, was gibt es da zu sagen? Das ist eine super Plattform auch für einen echt erschwinglichen Preis im Monat, wo du alles quasi in einem Portfolio drin hast. Das heißt E-Mail-Marketing, digitale Produkterstellung-Tools. Und weil normal ist ja so, du brauchst einen E-Mail-Marketing-Anbieter, wo du monatlich zahlst. Du brauchst einen Landing-Page-Anbieter, wo du Kosten hast. Du brauchst einen Blog, eine Domain, was monatlich Kosten verursacht. Und in diesem Spreadmind-Kurs hast du wirklich alles dabei an Technik, Hardware und Anleitungen, wie du dein Business wirklich komplett automatisiert aufsetzt. Und deine Verkaufsfunnel, deine E-Mail-Marketing-Funnel, da ist alles wirklich dabei. Also es gibt viele, dieser Trend geht wirklich von diesen A- bis Z-Kursen, wo du wirklich alles erlernen kannst, wenn du bereit bist, das Schritt für Schritt umzusetzen. Und natürlich, wenn du die zeitliche Investition dafür bereit bist zu bringen. Aber wenn es Spaß macht, ist das ohnehin eine super Geschichte. So, das waren die sieben Kurse, die ich empfehle, weil ich öfter mal gefragt werde, wie hast du eigentlich dein Business aufgebaut. Und ich sage, ich habe wirklich viele Kurse besucht. Einige waren auch ein totaler Reinfall. Vielleicht mache ich auch mal ein Video über die schlechten Kurse und sowas, damit Leute auch wissen, worauf sie sich nicht einlassen sollten. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Denn ansonsten, wir sehen uns in den nächsten Tagen. Alles Gute bis dahin. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.